Kapitel 10 Er befand sich im Gebiet der Asteroiden 325, 326, 327, 328, 329, 330. Also besuchte er einen nach dem anderen, denn er wollte etwas tun und etwas lernen. Auf dem ersten wohnte ein König. Der König saß, in Purpur und Hermelin-Gewand, auf einem sehr schlichten und dennoch würdevollen Thron. Ah, da kommt ein Untertan, rief der König, als er den kleinen Prinzen erblickte. Und der kleine Prinz fragte sich, woher kennt er mich? Er hat mich nie im Leben gesehen. Er wusste nicht, dass für Könige die Welt sehr einfach ist. Alle Menschen sind Untertanen. Tritt näher, damit ich dich besser sehen kann, sagte der König, der sehr stolz war, endlich für jemanden König zu sein. Mit den Augen suchte der kleine Prinz nach einer Sitzgelegenheit, aber der Planet war überwuchert von dem prachtvollen Hermelin-Mantel. Also blieb er stehen, und da er müde war, müsste er gähnen. Es verletzt die Etikette im Gegenwart eines Königs zu gähnen, sagte der Monarch. Ich verbiete es dir. Ich kann nicht anders, antwortete der kleine Prinz verlegen. Ich habe eine lange Reise hinter mir und nicht geschlafen. Gut, sagte der König, ich befehle dir zu gähnen. Seit Jahren habe ich nicht gesehen, wie jemand gähnt. Gähnen ist für mich eine Rarität. Los, gehen noch einmal. Das ist ein Befehl. Das schüchtert mich ein. Es geht nicht mehr, sagte der kleine Prinz und errötete. Hm, hm, antwortete der König. Dann, also dann befehle ich dir, mal zu gehen und mal... Er stotterte ein wenig herum und schien beleidigt. Der König legte nämlich größten Wert darauf, dass seine Autorität anerkannt wurde. Er duldete keinen Ungehorsam. Er war ein absoluter Herrscher. Da er jedoch sehr gütig war, gab er vernünftige Befehle. Wenn ich befehlen würde, sagte er häufig, wenn ich einem General befehlen würde, er soll sich in einen Seevogel verwandeln. Und der General würde nicht gehörchen. Dann könnte ich die Schuld nicht dem General zuschreiben. Ich müsste sie mir selbst zuschreiben. Darf ich mich setzen? erkundigte sich der kleine Prinz zaghaft. Ich befehle dir, dich zu setzen, antwortete der König und raffte würdevoll einen Zipfel seines Hermelinmantels. Der kleine Prinz aber wunderte sich. Der Planet war winzig klein. Worüber herrschte dieser König? Majestät, sagte er, bitte verzeihen Sie mir die Frage. Ich befehle dir, mich zu fragen, sagte der König rasch. Majestät, worüber herrschen Sie? Über alles, antwortete der König mit großer Schlichtheit. Über alles? Der König wies mit einer vornehmen Geste auf seinen Planeten, auf die anderen Planeten und auf die Sterne. Über das alles? fragte der kleine Prinz. Über das alles, antwortete der König. Denn er war nicht nur absoluter Herrscher, er war auch ein Weltherrscher. Und die Sterne gehorchen Ihnen? Natürlich, sagte der König. Sie gehorchen auf der Stelle. Ich dulde keinen Ungehorsam. Eine solche Macht weckte die Bewunderung des kleinen Prinzen. Hätte er selbst sie besessen, er hätte sich nicht 44, sondern 72 oder sogar 100 oder sogar 200 Sonnenuntergänge am selben Tag anschauen können, ohne seinen Stuhl ein einziges Mal zu verrücken. Und weil er sich ein bisschen traurig fühlte bei dem Gedanken an seinen verlassenen kleinen Planeten, fasste er sich ein Herz und bat den König um eine Gunst. Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Tun Sie mir den Gefallen? Befehlen Sie der Sonne unterzugehen. Wenn ich meinem General befehlen würde, er soll wie ein Schmetterling von einer Blume zur anderen fliegen oder eine Tragödie schreiben oder sich in einen Seevogel verwandeln und der General würde den erhaltenen Befehl nicht ausführen. Wer hätte Unrecht? Er oder ich? Sie, sagte der kleine Prinz mit fester Stimme. Richtig, man muss von einem jeden verlangen, was ein jeder leisten kann, fuhr der König fort. Autorität fußt zuallererst auf Vernunft. Wenn du deinem Volk befiehlst, sich ins Meer zu stürzen, wird es eine Revolution vom Zaun brechen. Ich habe das Recht, gehorsam zu verlangen, weil meine Befehle vernünftig sind. Und mein Sonnenuntergang? erinnerte der kleine Prinz, der eine Frage niemals vergaß, wenn er sie einmal gestellt hatte. Deinen Sonnenuntergang bekommst du. Ich werde ihn verlangen. In meinem weisen Regieren will ich jedoch warten, bis die Bedingungen günstig sind. Wann wird das sein? Wollte der kleine Prinz wissen. Hm, hm, antwortete der König und blickte zunächst in einen großen Kalender. Hm, hm. Hm, das wird so gegen, so gegen, das wird heute Abend so gegen 7.40 Uhr sein und du wirst sehen, wie alles mir gehorcht. Der kleine Prinz gähnte. Ihm war es leid um seinen verpassten Sonnenuntergang. Und außerdem langweilte er sich schon ein bisschen. Ich habe hier nichts mehr zu tun, sagte er zum König. Ich muss wieder los. Geh nicht fort, antwortete der König, der so stolz war, einen Untertan zu haben. Geh nicht fort, ich mache dich zum Minister. Zu was für einem Minister? Zum, zum Justizminister. Aber es ist niemand da, über den man richten kann. Wer weiß, sagte der König. Ich habe mein Königreich noch nicht inspiziert. Ich bin sehr alt, ich habe keinen Platz für eine Karosse und gehen ermüdet mich. Oh, ich habe schon alles gesehen, sagte der kleine Prinz, der sich von überbeugte, um noch einen Blick auf die andere Seite des Planeten zu werfen. Da unten ist auch niemand. Du wirst also über dich selbst richten, entgegnete der König. Das ist am schwierigsten. Es ist viel schwieriger, über sich selbst zu richten, als über einen anderen. Wenn es dir gelingt, ehrlich über dich selbst zu richten, bist du wahrhaftig ein Weiser. Ich, sagte der kleine Prinz, ich kann ganz gleich wo über mich selbst richten. Ich muss hier nicht wohnen. Hm, hm, sagte der König. Ich glaube, auf meinem Planeten gibt es irgendwo eine alte Ratte. Ich höre sie nachts. Über diese alte Ratte könntest du richten. Von Zeit zu Zeit verurteilst du sie zum Tode, so wird ihr Leben von deiner Rechtsprechung abhängen. Aber dann begnadigst du sie jedes Mal, um sie aufzusparen. Es gibt ja nur die eine. Ich, antwortete der kleine Prinz, ich verurteile nicht gern zum Tode. Und ich glaube, ich gehe jetzt. Nein, sagte der König. Der kleine Prinz hatte seine Vorbereitungen bereits getroffen. Doch er wollte dem alten Monarchen nicht wehtun. Wenn eure Majestät wünschen, dass man ihnen aufs Wort gehorcht, könnten sie mir einen vernünftigen Befehl geben. Zum Beispiel könnten sie mir befehlen, innerhalb einer Minute aufzubrechen. Mir scheint, die Bedingungen sind günstig. Nachdem der König nicht geantwortet hatte, zögerte der kleine Prinz kurz und entschloss sich dann seufzend zum Aufbruch. Ich ernenne dich zu meinem Gesandten, rief ihm der König noch schnell hinterher. Er machte ein schrecklich autoritäres Gesicht. Die Erwachsenen sind sehr merkwürdig, sagte sich der kleine Prinz im Stillen während der Reise.